Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, vielleicht die letzte Folge, Let's Play Metroid Zero Mission. Und ja, das letzte Mal hatten wir Masterbrain besiegt. Jetzt sind wir ohne Anzug. Auf der Raumstation der Weltraumpiraten. Oh, Moment, ich muss vorhin wegrennen. Wenn das jetzt so das ist, was ich machen soll. Ah, es ist in keinem Raum. Das bringt mir aber jetzt noch nichts, okay. Oh, gerade ziemlich viel Schaden bekommen. Da werde ich wahrscheinlich auch nur Schaden bekommen, wenn ich da durchkomme. Na, hätten wir vielleicht erst ein bisschen später. Komm, schnell durch. Ich habe nicht mehr so viel Energie. Oh, die können die Wand hochklettern. Okay, das ist vielleicht nicht ganz so gut. Ja, und da haben sie uns. Also auf jeden Fall nicht gegen sie kämpfen. Vielleicht einmal abschießen, dann sind sie eingefroren, wenn ich das richtig erkannt habe. Wann wird es sich umgedreht hat. Einmal abschießen. Dann sind sie direkt wieder hinter einem her. Und weiter. So. Ja, genau. Das macht es doch relativ einfach. Einmal abschießen. Dann sind sie eingefroren. Da nicht durchkommen, weil dann sind sie direkt wieder hinter einem her. Und hier vielleicht bis am Schluss warten. Okay, das war jetzt nicht so der Plan. Das hat auch nicht gerade so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. So, den einmal angefroren. So, das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, ja. Was soll ich jetzt groß reden? Der kommt hier anscheinend nicht lang. Okay, der denkt wohl, wir wären dann weg oder so. Also, das sieht man uns nicht mehr. Kann man doch hier speichern. Das wäre genialst. Was ist das? Ist das wirklich? Nein, das sind die Raumschiffe. Okay. Und da oben ist ein Tier. So, da kommen wir in die Speicherstationen. Das wäre auch super jetzt. Oh, wir halten uns sogar. Oh, ich glaube, das war auf jeder Speicher. Ne, das war gar nicht in jeder Speicherstation. Speichern abgeschlossen. Fallen wir hier irgendwo durch? Ne. So. Fallen wir irgendwo durch? Ne. Scheiße, wo ging's da lang? Ich glaube, haben wir da jetzt eine gute Abkürzung. Ah, okay. So. Da fänden sie nicht rein. Das ist schon mal gut. Wir wissen, dass wir das sind, oder? Ne. Was ist das? Ah, das ist wahrscheinlich so ein Scheinwerfer darstellen. Ja. Und wir sollten da am besten nicht reinlaufen. Vielleicht hier mal kurz warten. Weil jetzt ist er hier drin. Jetzt müssen wir es aber direkt schaffen. So. Weil wir haben keine Energie mehr. Ah, das war schlecht. Wir dürfen nicht in die Scheinwerfer reinkommen. Aber wir haben ja zum Glück eine Speicherstation erreicht. Ja. Okay. Das werden auf jeden Fall noch zwei Parts. Wenn das jetzt hier zum Beispiel die ganze Zeit so weitergeht. So, das letzte Mal. Ich weiß jetzt, dass wir... So, letztens wollte ich mal schauen, ob man da lang kann. Ich habe mal jetzt gemerkt, es geht nicht. Ah, hier. Hier lang. Aber hier geht es auch nicht lang. Da ist eine Fake-Wand. Warum ist aber jetzt die Verfolgungs-Melodien? Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Oder es sieht die ganze Zeit schon an. Mir ist das gar nicht aufgefallen. So, jetzt drückt euch. So. Jetzt schnell da oben lang. Ah, ne. Okay, genau sowas. Jetzt haben wir es ganz gut hinbekommen. Ein Schuss hätten wir vielleicht weniger abbekommen können. Aber das ist jetzt auch egal. Und jetzt mit etwas Geduld. So. Oje. Jetzt haben wir es nämlich geschafft, ohne entdeckt zu werden. Das sind nur nicht so viele abschließende. Ja, den wollen wir zum Beispiel nicht öffnen. Und wir wollen direkt hier drin. Wir speichern nämlich erstmal und dann fallen wir da unten rein. Also ein schönes Spiel-Element. So ein bisschen sneaky, ohne entdeckt zu werden. Oder versuchen, ohne entdeckt zu werden. Jetzt werde ich nur mal schauen, was passiert, wenn wir hier sind. Gar nichts. Okay. Da oben. Ist wahrscheinlich auch nichts. Okay. Das heißt, wir dürfen nichts hochspringen. Weil dann kommen wir auch dagegen. So, aber jetzt frage ich mich. Okay. Da oben drauf. Ja, die aktivieren es natürlich auch. Das macht es dann schwerer. Jetzt haben wir auch dadurch auf jeden Fall. Und wir sollten uns da gleich abgehängt haben. So, jetzt kriegen die uns hinterher. Aber ich denke nicht mehr, dass sie uns großartig erwischen. Ah, doch, natürlich. Wir sollten es versuchen, ohne gegen den Laser zu kommen, dadurch zu schaffen. Jeweils nicht so früh und dann runterzufallen und dann zu versuchen, da nochmal irgendwie hochzukommen. Ist jetzt doch um einiges schwerer gemacht, als es sein sollte. So, jetzt haben wir es aber direkt geschafft, ohne großartig Schaden zu bekommen. Vielleicht hätte man sich da oben verstecken sollen, kurzzeitig. Ah, guck mal, die machen sich gegenseitig kaputt. Das war auch schon mal ganz witzig. So, jetzt schnell durch. Den geheimen Raum. Ruine der Show, so. Okay, davon weiß er auch noch Bescheid. Okay, da verliert er mich. Ne, okay, doch nicht. Vielleicht hier. Ja, genau, da oben bin ich unsichtbar. So, jetzt hat er mich aber verloren. Und wir speisieren nochmal eine Runde. Das ist ja auch immer so direkt diese Musik an. So. Darum hätte es noch einiges gegeben. Da gibt es noch ein ganzes Teil. Und da oben gibt es noch richtig viel. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter. So, da hinten dran ist jemand. Da wollen wir nicht durch. Oder zack. Genau. Dann machen wir es so. Ah, das kann ich mir vorstellen, für was das später sein wird. Okay, das war scheiße. Aber da war ein Item versteckt. Ich denke, da bin ich nicht der Einzige, der das gesehen hat. Ja, da bin ich. Ja. Hier. so was mache ich denn jetzt ok stellen uns wahrscheinlich die beste option da können wir jetzt einmal durchrennen ich denke das licht wird uns nicht erwischen wenn wir uns ein bisschen beeilen so das war schlecht aber ich gehe lieber den ganzen weg jetzt nochmal als von dem lichter ewig zu werden so jetzt sagen wir mal kurz das ist es raus jetzt kommen wir durch jetzt gar nicht erst groß rum experimentieren sondern direkt durch das wird wahrscheinlich auch ein licht sein ok dann müssen wir hier lang schauen wir mal ich denke das ist jetzt nicht so schwer da kommen auch weltraumpiraten aber da kann ich mich jetzt nicht kratzt kümmern ja sind wir wieder versteckt sind wir nicht okay da wird mich wahrscheinlich immer noch verfolgen können später wird er mich aber nicht mehr entdecken ok jetzt ist er aber weg oder ne weiß er jetzt noch wo ich bin ich glaube der wird jetzt jedes mal wieder kommen da gab gar keine große wahl als entdeckt werden aber hier haben wir schon mal was von uns da wird ein wahrscheinlich mehr moffball brauchen wir ja nicht so direkt so jetzt kommen wir hier aber durch das item ist weg war das nicht grad hier nicht dumm ah ne der hat es geklaut ok dann soll er uns das doch bitte zurück geben so da passiert jetzt nichts mehr das war knapp das war schon fast zu früh ok so da unten ok so jetzt wir drücken uns mal lieber so 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 kommt jetzt von oben was machen die oder muss ich da unten rein das glaube ich irgendwie nicht so 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 okay die sind jetzt aber drin festgepackt na es war schlecht was hätte ich da besser machen können langsam vor sagen wir nicht dass es die letzte aller sehr weit weg gelegenen speicherstation war ja ich glaube nicht doch ich glaube nicht doch ich glaube nicht doch das ist natürlich dumm dass die die so weit weg ist so weit weg ist einmal hier hoch so müssten wir aber durchrennen können na das ist jetzt nur halb so tragisch da hat da hat er uns jetzt halt entdeckt früher später entdecken die uns sowieso so 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 wie mache ich das denn jetzt so ich kann nicht abhängen sollen das gehen wie soll ich den bitte abhängen ich kann hoffen dass die sich gegenseitig abschießen oder so aber abhängig sobald er hinter mir ist kann ich den glaub ich nicht mehr so jetzt lass mich da bitte durchrennen ich habe nicht keine lust das ganze hier nochmal machen zu müssen zack da ist noch ein lichter da springen wir schnell drüber so geht das doch mal kaputt schießen die machen wir uns so langsam jetzt kann man direkt da unten durch aber das ist jetzt halb so tragisch machen uns ja nix das war der eine der uns verfolgt aber der verfolgt dann sowieso da brauchen wir es gar nicht erst zu versuchen das haben wir jetzt schon rausgefunden dass das hier nix wird so da mache ich doch was falsch genau da hätte ich gerade ausgemust so da kommt er uns auch noch hinterher oder aber hier können wir uns verstecken stimmt da ging es ja auch nicht hier soll das jetzt gehen hier soll das jetzt gehen so hier ist noch specherschätzung oder ja so ja das reicht dann jetzt auch erstmal für diesen part ja wir sehen uns dann das nächste mal auf wiedersehen und da